Grüß euch Leute, hier spricht Ouroboros und heute machen wir wieder mal einen Wochenrückblick und darum schauen wir direkt auf die Seite Pravda.tv, eine Seite, die sich sehr viel mit Verschwörungstheorien beschäftigt, aber es sind auch einige Themen, die für normale Menschen natürlich auch interessant sind. Ob da was da dran ist, kann ich euch natürlich nicht sagen, das sind alles Dinge, die man selber recherchieren muss, Leute. Darum schauen wir uns ein paar Themen an und ich werde darüber meine Gedanken sagen. So, was haben wir erstens? Hollywood-Schauspieler sagt, die CIA betreibe den größten Pädophilenring der Welt. Ja, okay. Es gibt in letzter Zeit viele Anschuldigungen gegen diesen Hollywood-geherenen Manager für allgemein, weil die Menschen glauben, dass Hollywood von irgendwelchen Satanisten geführt wird, beziehungsweise von Illuminaten, die dann aus Spaß, aus Freude, was auch immer, Kinder missbrauchen, Kinder töten und ihre Blut trinken. Im ersten Augenblick sehr schockierend, muss man sagen, aber wenn man bedenkt, dass Satanismus ja nicht eine moderne Angelegenheit ist, sondern Satanismus ist eine uralte Geheimgesellschaft, muss ich auch nicht sagen, eine uralte Sekte, die sich natürlich sehr geschickt versteckt in der Gesellschaft, weil diese Sekten, die haben sich hinter den verschiedenen Religionen sich versteckt, zum Beispiel im Christentum, im Islam, im Buddhismus, egal, weltweit, sind die vertreten und kontrollieren mit ihren intelligenten Art die Gesellschaft, sag ich mal. Und innerhalb dieser Gesellschaft werden natürlich auch für bestimmte Dinge, ja, wie soll man sagen, Kinder geopfert oder alles andere und das sind natürlich sehr, sehr dreiste Dinge, die hier behauptet werden. Das heißt, viele, ja, sag mal so, auch bekannte Filmsstars, die auf einmal auftauchen und behaupten, in Hollywood würde jetzt hier irgendwelche Klicken geben, die dann, ja, Kinder missbrauchen, Kinder töten, ihr Fleisch essen, alles drum dran, Leute. Ob da was da dran ist, kann ich euch nicht sagen. Das sind natürlich alles Gerüchte und wenn wir uns selber sehen, was in einer, ja, sagen wir mal vor 10, 20 Jahren passiert ist, dass hier auch in Europa eine Art Sekte unterwegs war, das kleine Kinder geschändet umgebracht hat, Leute. Ihr kennt ja diesen belgischen System, aber darüber würde ich nicht so viel reden, weil da müsst ihr selber recherchieren. Es sind natürlich viele Verschwörungen dabei, die man natürlich selber dahinter kommen muss, Leute. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, das ist Wahnsinn, sag ich mal, das ist Wahnsinn. Da werden Menschen umgebracht, da werden Menschen beseitigt oder wenn sie ein bisschen erfahren haben, wenn die in Öffentlichkeit gehen, die Menschen werden direkt hier mundtot gemacht. Das heißt, diese Gestalten, die jetzt hier weltweit agieren, haben natürlich Knotenpunkte der Regierungsämter übernommen und darum ist es sehr schwer, sie zu erkennen, um ihnen ein Handwerk zu legen, sag ich mal. Die sind überall, sie sind überall vertreten und wer die genau sind, ist da mal hingestellt. Man kann selber nachforschen, wie die sind und eines könnte man glauben, wenn man dahinter kommt, ist das wirklich unglaublich, was das für miese Kreaturen sind, die hier für ihren Gott, Seth, sag ich mal, für ihren Gott, äh, unvorstellbare Dinge hier tun, ne? Also, das ist schon Wahnsinn. Und sollte etwas stimmen an diesen ganzen Gerüchten über Hollywood, ja, das wäre natürlich ein Unding, sag ich mal, weil es gibt auch Geschichten, zum Beispiel, ja, es sind Geschichten, also, ist alles, was ich sage, ist aus dem Internet, ist nicht von mir. Zum Beispiel gibt es ja Gerüchte, dass zum Beispiel in der Ukraine selber irgendwelche Untergrundanlagen existieren, wo Kinderzucht betrieben wird, so richtige Kinderzucht betrieben wird, wo die Kinder nicht mal das Tageslicht gesehen haben und dort werden die Kinder misshandelt, ihnen sozusagen dieses sogenannte spezielles Blut abgenommen, damit die Elite hier sich das Zeug nehmen kann, damit sie ein bisschen jünger werden oder ein bisschen längeres Leben bekommen, Leute. Also, das ist schon sehr harte Tobak, sag ich mal, und sollte nichts was da dran sein, da kann man gar nicht furcht werden, ne? Also, das ist ja, das ist ja Wahnsinn, sag ich einfach mal, ne? Also, wie gesagt, das sind natürlich Dinge, die nicht beweisbar sind, das sind natürlich auch, wenn es hier Schauspieler sind, die ein bisschen berühmt sind, die das sowas von sich geben. Es gibt natürlich auch normale Menschen, die in diesen ganzen satanistischen Kulten aufgezogen sind, die dann Dinge gesehen haben, die man unaussprechend sind, Leute, und natürlich versuchen die Satanisten, die jetzt auch in den Medien vertreten sind, diese Dinge natürlich so weit wie möglich, als Gerüchte, als Spinnerei abzutun, aber wenn man hinter dem Schleier dieser Welt ein bisschen reinschaut, dann sind diese Dinge durchaus wahr, und ja, beweisbar ist natürlich die Sache, und die Dinge existieren, sie leben mitten unter uns, Leute, und könnten eure Freunde sein, könnten eure Familien sein sogar, das heißt, es ist Wahnsinn, sag ich mal. So, schauen wir mal das nächste Thema an. Was haben wir hier? Ufos haben wir schon mal gehabt, ihr wisst ja selber, in der Zeit tauchen ja viel Rufos auf, die ganzen Geschichten hier, also irgendwas scheint in ganz naher Zukunft was passieren, Leute, ob das jetzt in einer Art Fake-Alien-Evasion existiert, was auch immer, jedenfalls versuchen wir durch diese ganzen, ja, Gerüchte, Fotos, was immer wieder auftauchen, auch in Regierungsgegen, gibt Menschen irgendwie zu beeinflussen, dass die Menschen glauben sollen, dass irgendwie in naher Zukunft ein Alien-Angriff stattfinden wird, warum auch immer, viele behaupten ja auch, dass eine Art neue Weltordnung entstehen soll, unter satanistischer Führung, sag ich mal, dass die Menschheit eigentlich gar nichts ist, Leute, die Menschen sind für diese Wesen nichts anderes als Vieh, und ich kann mir auch schwer vorstellen, warum man Menschen Vieh bezeichnet, das heißt, die müssen über die Menschen stehen, und wenn die über Menschen stehen, können die auch keine menschliche Art sein, eine menschliche Rasse sein, und wenn es ist, natürlich, ob das jetzt echte Aliens sind, weil wir ja davon ausgehen, dass die Kugel Erde, oder beziehungsweise das, was wir uns hier vormachen, eigentlich gar nicht das Unwahrheit darstellt, sondern wir gehen ja davon aus, dass wir unter einer Art Kuppel leben, und unter dieser Kuppel ist das nicht möglich, hier rauszukommen, in irgendwelchen Gegenden zu fliegen, sag ich mal, in irgendwelchen Raketen, und das würde ja bedeuten, diese ganze Raumfahrt-Technologie, diese ganzen, ja, gefägten Mondlandungen sind dafür da, um den Menschen eben etwas vorzumachen, dass wir auf einer Art Kugel Erde leben, und dass es so eine Art Weltall existiert, mit anderen Planeten, anderen Sternensystemen, aber in Wirklichkeit ist das alles nur Lug und Betrug, um die ganzen Gelder einzustreichen, für sich selbst, das heißt, eine riesige, große Betrug läuft hier, und UFOs sind nichts anderes als irdische Technologie, die schon seit Hunderten, vielleicht sogar Tausenden Jahren existiert, wenn die Erde wirklich, oder wenn die Erde wirklich so tausend Jahre alt sein soll, und ja, wie gesagt, es ist durchaus möglich, dass die so eine Art Fake-Alien-Angriffe starten werden, um die Menschheit zu reduzieren, und um sie dann gefügig zu machen, um die neue Zeitalter, wie es entsteht, es ist ja wichtig, warum die das machen, warum die ausgerechnet jetzt dieses ganze Szenerie, diese ganze Spielerei machen, es geht darum, Leute, es geht darum, dass wir am Ende eines Zeitalters sind, das heißt, wir befinden uns im Chaos, wir befinden uns am Ende, und am Ende jedes Zeitalters gibt es katastrophale Zustände, da passiert irgendwas, Leute, und dadurch, dass man davon ausgehen kann, dass hier große Naturkatastrophen stattfinden, beziehungsweise Kriege, die dazu führen werden, dass die Menschheit drastisch reduziert wird, und nach dieser großen Katastrophe soll angeblich, ich sage immer angeblich, das sind natürlich Dinge, die nicht zu beweisbar sind, eine Art neue Weltregierung entstehen, unter dem Sitz von UN, das heißt, eine Weltregierung, eine Religion, und alles, was dazu gehört, Leute, es ist interessant, ob da was da dran ist, werden wir ja bald selbst erfahren, die nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, Leute, aber wir leben in spannenden Zeiten, und darum, würde ich mal sagen, seid aufmerksam. So, schauen wir mal, nächstes Thema, also, hier geht es um Chame Trails, ihr wisst ja selber, diese ganzen Wolken gebildet am Himmel, die ganzen Streifen, diese, dass von irgendwelchen komischen Flugzeugen abgelassen wird, Leute, also Chame Trails sind real, das haben die sogar selbst zugegeben, in welchen Regierungsämtern, sag ich mal, das heißt, die versuchen, das Wetter zu manipulieren, aber die Frage lautet natürlich, wofür, das ist ja die Frage, ob jetzt in diesen Chame Trails Gift ist, die die ganzen Nahrungsmittel, Dinge vergiften, oder auf den Menschen Dreck einhatten, das Gift, und die irgendwie die Gehirne beeinflussen, sag ich mal, hingestellt, auf jeden Fall, was immer die da oben sprühen, Leute, das ist wahr. So, was haben wir hier, warum Russland einen Atomschlag gegen Westeuropa in Betracht ziehen muss, ja, das ist ja natürlich wieder irgendwie so hochgeputscht etwas, Leute, wenn man ganz neutral guckt, wenn ihr euch den Krieg zwischen Ukraine und Russland guckt, also, da kann man davon ausgehen, dass das irgendwie ein abgekatertes Spiel ist, weil, man muss sich ja mal vorstellen, dann Ukraine wird von Russen angegriffen und mit irgendwelchen scheinheiligen Dingen, Leute, also, was wirklich dahinter steht, kann man nicht sagen, auf jeden Fall ist dieses Schlachtfeld, von dem man ja nicht mal richtige Bilder sehen kann, dass dieser Krieg findet eher in den Medien statt, als vielleicht in der Wirklichkeit, Leute, also, ich gehe mal davon aus, dass die irgendetwas vorbereiten, dass die heimlich hinter diesem Scheinkrieg, sag ich mal, irgendwelche Bewegungen stattfinden, weil diese Regierung, beziehungsweise die Leute in der Macht sind, wissen, dass irgendein Sturm auf sie zukommt, nochmal, irgendetwas kommt auf die Erde zu, beziehungsweise auf die Elite, auf die Machtelite, die hier seit hunderten, tausenden Jahren, wer weiß auch immer, die Menschheit in der Sklaverei gehalten hatte, Sünde begangen hat, das heißt, die, ich will noch mal sagen, das Gleichgewicht dieses Systems ist zerstört worden und jedes Mal, wenn sowas passiert, Leute, beginnt eine Art Apokalypse, beziehungsweise Zerstörung der Menschheit, ob da was da dran ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall ist schon ein bisschen eigener als dieser ganze Krieg, dass die Russen begangen haben gegen die Ukraine, sag ich mal, das ist natürlich, ja, was soll ich sagen, es sieht aus wie so ein Spiel, die Frage lautet, warum jetzt hier, warum macht Russland, warum greift hier einfach die Ukraine an, mit irgendwelchen komischen Theorien und das sind natürlich Dinge, die man sich natürlich jetzt im ersten Augenblick sich gar nicht vorstellen kann, was da abläuft, lassen wir uns mal überraschen, wie dieser ganze Krieg weitergeht und zu was es führen, jetzt sag ich am besten, ne, entschuldigt, was haben wir jetzt noch, das ist interessant, das ist auch interessant, was haben wir hier, Quantenphysik und Spiritualität, ja, ich sag mal so, das ist wieder so eine Sache, Leute, es gibt ja die Wissenschaft, die angeblich irgendwas erfindet, wir müssen uns mal vorstellen, wir erfinden ja was Einfaches, denn nicht, sag ich mal, durch angebliche Forschung, man muss sich das mal vorstellen, wir reden ja über Quantenphysik, wo diese Wissenschaftszweig, sag ich mal, am Ende herausgefunden hat, nach deren Theorien, es ist alles nach Theorien, ob da wirklich was dran ist, weiß kein Schwein, Leute, ne, angeblich haben wir herausgefunden, dass im kleinsten Teilchen der Teilchen, wenn so richtig in die tiefsten Ebenen der Materie reingehen, einfach nur noch Licht übrig bleibt und wenn das wirklich so ist, wenn nur Licht übrig bleibt, dann ist natürlich die Tatsache anzunehmen, dass Materie, was wir als Materie bezeichnen, eigentlich gar nicht existiert, sondern, dass es nichts anderes als, ja, wie soll man, zusammengeballte Lichtteilchen, Lichtquanten sind, die darum diese Welt sozusagen aufbauen und das würde ja nichts bedeuten, dass das alles, was wir sehen, eine Illusion ist, Leute, eine Illusion, eine Art holographische Welt, in der wir uns befinden, ich sag immer gerne, das ist ungefähr so wie beim Star Trek Holodeck, wo künstliche Wesen aus dem Computer auf diese Ebene, auf den Raum, in dem sie sich befinden, abgestrahlt werden und diese Wesen glauben, sie wären echt, man kann die ja auch anfassen, weil ein halt magnetischer Schutz um sie sind und es fühlt sich wie Menschen an, aber die Möglichkeit sind das keine Menschen, es sind nur aus Computer generierte Wesen aus Licht und Lichtteilchen und Quantenphysik geht ja noch weiter, weil es ist auch interessant, dass Menschen, die sich spiritual beschäftigen, natürlich auf diesen Bereich kommen, weil die Wissenschaftler, die sich mit Quantenphysik beschäftigen, die sagen, ja, dass das so zufällig alles nicht entstanden sein kann, weil irgendetwas muss dies alles irgendwie in diese Welt gebracht haben, beziehungsweise, dass hinter all diesen sogenannten Phänomenen auch in Quantenphysik irgendwelche, ja, sagen wir mal so, Erschöpfer sein müssen, sonst können sie sich das ganze System nicht erklären. Es ist auch interessant, dass die sogenannten deutschen Wissenschaftler damals in den 20er, 13er Jahren, Einstein, Heisenberg oder wie das alle heißen, die dann am Ende erkannt haben, dass diese Welt nicht durch Zufall entstanden ist, sondern dass dahinter irgendein Schöpfer steht, wer auch immer ist, sage ich mal, der dieses ganze Umstand hier, in dem wir uns jetzt befinden, erschaffen hat, Leute, erschaffen. Wenn wir jetzt hier negativ sehen, die ganze Welt, dann ist das wieder so ein Spielprinzip, hier geht es am Ende, dass das ganze System Gleichgewicht bleiben muss und wenn eine Seite viel negativ, das heißt, wenn die Waage auf die andere Seite deutet, dann passiert immer, dass das System sich selbst zerstört und wahrscheinlich befinden wir uns ganz kurz davor. Aber nochmal zum Quantenphysik, wie gesagt, es ist interessant und am Ende würde ich mal sagen, gibt es wirklich einen Fortschritt in diesen Bereichen oder ist das schon alles klar? Ihr wisst ja selber, ich gehe davon aus, dass wir in so einer Art Film drin stecken, dass schon alles von vorne bis hinten schon eigentlich schon abgedreht ist, das heißt, innerhalb des Films tauchen dann eben welche Handys, Supercomputer, dann eben welche Super steht, das heißt, es ist schon alles da, das heißt, man kann sowas nicht mehr finden, sondern es ist schon innerhalb der Geschichte schon erfunden worden und darum sind all die Dinge, was wir jetzt hier erfahren, was wir bekommen, schon da gewesen, Leute. Also wie gesagt, interessant, diese ganze Wissenschaftszweig, aber man muss sich auch nicht viel täuschen lassen davon. So, was haben wir hier noch? Besonders interessant, was ist das? Furchterin findet unsterbliche Parasiten, Nanoboids und Grafen in Covid, also diesen Namen möchte ich jetzt nicht aussprechen, sonst wird das Video gesperrt. Ja, ich soll mal sagen, diese ganze Sache ist ja angeblich jetzt hier vorbei und es gibt immer wieder Menschen, die behaupten, nochmals wird, es sind nur Behauptungen von denen, nicht von mir, das heißt, das Ganze könnt ihr im Internet nachlesen und so, also ist nicht von mir, ich sag nur meine Gedanken dazu. Also wie gesagt, es müssen nicht alles wahr sein, was da drin steht. Also es gibt viele Menschen, die behaupten, durch diesen, ja, durch die Spritze, sag ich mal, Schädigungen gekriegt zu haben. Das heißt, irgendwie Blutgrinsen im Gehirn, im Herzen, alles drumheran, dann sind dann irgendwelche komische, ja, wie soll ich sagen, Dinge da drin gefunden worden sind, die irgendwie nach Nanochips aussehen, das heißt, so mikrokleine, ja, Chips würde ich fast sagen, das im Körper irgendwie im Bereich Gehirn reindringen, um den Menschen sozusagen irgendwie zu kontrollieren. Ihr müsst ja bedenken, das Gehirn ist ein Empfänger, ein Empfänger, sag ich mal. Das Bewusstsein, sag ich mal. Ich sag immer Programm dazu, aber damit ihr das versteht, sag ich einfach Bewusstsein. Das Bewusstsein wird außerhalb des Systems. in die Gehirne eingeleitet. Das heißt, ein Signal, stellt euch mal vor, jeder Mensch hat ein Signal und diese unterschiedlichen Signale, Frequenzen, deuten auf einen Menschen, sag ich mal. Und diese Signale, die treten ins Gehirn ein und dadurch wird, wenn diese Marionette, sag ich mal, die Avatar-Körper gelenkt, das was man denkt zu sein, wird von außerhalb gelenkt und eingestrahlt. Und man kann davon ausgehen, dass diese Nanoboots, was man bespritzt, bekommen hat, im Gehirn sich festsetzen und diese Signale blockieren. Und durch diese Blockiertheit des Bewusstseins, das hat man die Möglichkeit, selber irgendwelche Signale in den Gehirnen einzuspeisen und die Menschen sozusagen komplett zu kontrollieren. Es gibt ja diese ganz berühmte MKUltra-Tests, beziehungsweise Projekte, die auch dahindeuten, dass das Gehirn eigentlich nichts anderes als ein Finger. Und es gab ja viele Experimente in den 76er-Jahren, wo die herausgefunden haben, dass man den Menschen eigentlich irgendwie wie so ein Roboter lenken kann, indem man selber Signale in den Kopf reinsetzt und den Menschen sozusagen wie so eine Marionette kontrollieren kann, Leute. Deswegen waren ja auch diese ganzen Experimente dafür da gewesen, dass man sogenannte Killer erschafft. Das heißt Killer, das heißt man kann Menschen programmieren und man kann sie steuern, Leute. Es ist Wahnsinn, aber schaut euch mal einfach im Internet um. Da gibt es viele Seiten, die dieses Thema aufgreifen. MKUltra und dann werdet ihr sehen, dass das Ganze hier gar nicht so unsinnig ist, wie ihr euch vorstellen könnt. So, schauen wir mal weiter. Es gibt so ein schöneres. Vulkan-Ausbruch, bababah, naja. Putin-Ukraine, uninteressant. Ach, das ist wieder etwas. Ne, das Thema wollen wir mal nicht schauen gehen. Das ist auch interessant. Antarktis, die Eisernen Republik, die in drei sind ja die Eishund. Ja, wir haben schon über das ganze Thema immer schon sehr, sehr oft gesprochen, Leute. Es geht ja darum, dass man davon ausgeht, dass Antarktis, sage ich mal, nicht einfach so eine Landfläche ist, sondern dass wir, wie ich gesagt habe, wenn man die flache Erde-Theorie irgendwie glaubt und die gehen davon aus, dass es hier keine Antarktis als Landfläche gibt, sondern dass es so eine Art Kreisring ist. Das heißt, ein Eisring wie so ein Kreis und darum ist es sozusagen ein Eisring. Das ist das Eis. Und wenn wir sozusagen imstande wären, diesen Eisring zu erreichen, gehen die Leute davon aus, dass hinter dem Eisring, hinter der Kuppel, sage ich mal, oder beziehungsweise immer noch unter der Kuppel kann auch sein, dass andere Landmassen existieren. Das heißt, so Kontinente, die der Mensch bisher noch nie gesehen hat, aber in irgendwelchen Mythen oder Längen auftauchen. Sagen wir mal Atlantis oder Lemuria oder wie alle heißen. Und diese Länder rein, beziehungsweise diese Kontinente wären außerhalb des Eisrings. Und jetzt kommt es, dass die Mächtigen, der Mächtigen, die hier sozusagen die Kontrolle haben, davon wüssten und das Geheim halten, Leute. Das heißt, es ist unglaublich, wenn es so stimmen sollte, wenn was da dran sein sollte, dass wir, das heißt, dass außer uns noch andere Zivilisationen existieren, ob menschlich, nicht menschlich, dann erstmal hingestellt. Und dass wir hier durch eine unglaubliche Art von diesen Erkenntnissen abgehalten wären. Ich stelle euch mal vor, wer Mensch wüsste, dass außerhalb dieser Orte, in dem wir uns existieren, noch andere Zivilisationen existieren, vielleicht sogar moderne, vielleicht sogar hochentwickelte oder verschieden Gattungen, das wäre doch super. Der Mensch würde sich komplett ändern, Leute. Und vielleicht würde man so leben, wie in frühen Zeiten, dass man auch die Zeit des Paradieses genannt hat. Das heißt, das goldene Zeitalter, wo alle Wesen untereinander waren und dann haben die so ein superschönes Leben gehabt. Aber, wie gesagt, das sind natürlich schon die Theorien, ob es überhaupt einen Eisring gibt, das sei mal hingestellt. Es gibt viele Dinge, die natürlich verhindert werden, aber man muss am Ende selber recherchieren und schauen, ob was da dran ist, Leute. Ja, Polsprung. Ja, es gibt ja, wie soll man sagen, es gibt ja viele Theorien im Bereich, dass die Pole, ja, wir wissen ja selber diese magnetischen Pole, die dann wandern. Und dann gibt es ja sozusagen, wenn die Magnetfelder ihre Richtungen ändern, dann könnte es sein, dass da irgendwas passiert und man geht ja davon aus, dass da so eine Art Polsprung passieren könnte, dass die zu einer Naturkatastrophe kommen könnte, sag ich mal. Aber, Leute, wie gesagt, das sind natürlich nur irgendwelche Theorien, das ist ja nur die Beweis, aber es gab Leute, die schon gesagt haben, vor ein paar Jahren oder vor Jahrzehnten, es wird so ein Polsprung kommen, das und jenes. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, bis jetzt nichts passiert. Aber es ist durchaus möglich, dass in naher Zukunft, da wir am Ende eines Zeitrages uns befinden, dass durchaus irgendetwas passieren wird oder kann, Leute. Also interessante Themen mit Polsprung, die ganzen Magnetfelder, die Wanderung der Magnetfelder. Wer weiß, ob da was da dran ist, Leute. Also von meiner Seite kann ich sagen, ich weiß nichts. Ich weiß nicht, ob da was dran sein kann, aber man soll nie Nein sagen. So, das haben wir noch interessante Themen. Hier geht es wieder um den Krieg. Hier geht es hier um Wetterveränderungen. Ja, okay, dass das hier irgendwelche Satellitnexten oder irgendwelche wissenschaftliche Geräte, die das Wetter beeinflussen, das ist ja schon, haben die ja selber zugegeben, das Militär, die haben die ja selber zugegeben, dass sie schon seit den 30er, 40er Jahren erforschen, zum Beispiel die ganzen Tesla-Technologien, beziehungsweise auch andere Forscher waren ja im Stande angeblich, dass wir dazu beeinflussen und das ist ja keine Verschwörungstheorie, sondern das haben die selber zugegeben und ja, was soll dann daran Verschwörung sein, wenn das Militär selber zugibt, dass sie daran forschen, beziehungsweise schon wissen, wie wir das Ganze machen wollen. So, was haben wir hier? Das ist auch interessant. Ballbeck, die Stadt, die 5377 vor Christus von Kein und dem Nackt erbohrt wurde. Ja, es sind ja wieder so Dinge, Leute. Wir wissen nicht mal, was vor 200 Jahren war, sag ich mal. Das ist ja das Krasse. Wir wissen nicht mal, was vor 200 Jahren war und die Wissenschaft, Ausführungszeichen, geht ja davon aus, die können sozusagen uns sagen, was vor 5000 Jahren war. Wie geht das, Leute? Wir wissen nicht mal, was vor 200, 300 Jahren wirklich war und diese Leute bauen uns ein Weltbild auf und behaupten jetzt, was vor 5000 Jahren alt war, indem wir dann irgendwelche kleine Funde finden, beziehungsweise angebliche Schriften, die dann eben mal natürlich so zufällig auftauchen, die dann angeblich übersetzt werden und dann wird irgendwie beschrieben, ja, irgendwelche Außerirdische, beziehungsweise eben eine Hochentwicklungsfraktion hätte dann irgendwelche Riesenstädte gebaut, ob jetzt hier die Pyramiden errichtet worden sind oder was auch immer. Das heißt, hier wird immer wieder auf eine hohe Kultur hingedeutet, die wiederum als Außerirdische bezeichnet werden. Also das ist schon richtig krass und ich verstehe auch nicht, wie die Angst darauf kommen, dass es vor 5000 Jahren Außerirdische waren, nur weil die irgendwelche Objekte ausgraben oder was weiß ich was. Das muss doch nicht sein, Leute. Wenn man bedenkt nach deren Meinung, dass das so Milliarden von Jahren alt ist, selbst die Erde, paar Milliarden Jahre alt, warum sollte eigentlich nicht schon vor uns werden existiert haben, die genauso einen Standart haben wie uns, aber was wir technisch gesehen, könnten die sogar richtig hoch sein. Also muss man doch nicht direkt auf Außerirdische beziehen, sondern es kann ja sein, dass innerhalb dieser Welt schon hohe Kulturen existiert haben, die die ganzen Dinge erbaut haben und wir sozusagen nach irgendwelchen Katastrophen, wo der Mensch wieder von vorne begonnen hat, ihre Technologie noch nicht richtig besetzt haben, dass die Objekte dann natürlich für sie gigantisch aussehen. Schaut mal an, was wir heutzutage schon haben, was wir in der Moderne schon bauen können. Wir müssen nach Dubai gucken, diese riesen Wolkenkratzer, das fast ein Kilometer rüst. Also wer könnte schon sowas bauen? Dagegen sind ja Pyramiden eigentlich gar nichts, muss man ja sagen. Das heißt, wenn diese Welt mal irgendwann mal zu Ende geht und sagen wir mal, dieses Wolkenkratzer bleibt noch übrig und die Überlebenden, die dann nachher wieder kommen und sich aufbauen, dann werden die denken, was ist das denn für ein Kilometer hoher Gebäude? Wer hat das gebaut? Wann das irgendwelche Außerirdische? Blablabla. Man soll nicht einfach alles daran glauben, nur weil die Wissenschaft davon ausgeht, der Mensch damals konnte sowas nicht, weil deren Theorie würde ja sozusagen nicht mehr stimmen, wenn sie das behaupten würden. Es gab früher hohe Situationen und das würde die gesamte Evolutionstheorie ja bloß Sternenleute. Also nicht immer alles glauben, was die uns sagen, sondern mal selbst nachdenken. So, machen wir noch ein, zwei Themen, die wichtig sind. 20, 23 wird unser letztes Jahr auf dem Planeten sein. Ja, was soll ich schon sagen, es gibt natürlich viele Menschen, die schon Jahrzehnten immer wieder erzählen, weil wir durch Prophezeiungen oder durch irgendwelche Ereignisse immer wieder stattfinden, das dieses Jahr vielleicht zu katastrophalen Ereignissen führen kann, Leute. Aber ich sag mal so, ich selber gehe davon aus, dass das eher in mindestens drei Jahren passieren wird, weil, ich würde ja nicht vergessen, wie ich in meinem alten Video schon gesagt habe, die Zeit, Alter, endet. Und zwar geht es hier nicht um die normale europäische Kalendersystem, sondern es geht, ich beruhe mich auf das jüdisches System. Und im jüdischen System befinden wir uns jetzt hier im Jahre, glaube ich, 5700 bei Gequetschten, aber man darf hier die 200 Jahre, die von der Geschichte getilgt worden sind, nicht vergessen. Wenn man alles zusammenzählt, befinden wir uns sozusagen jetzt im Jahr 5997 herum. Das heißt, wenn das alles so ist, endet ein großes System, eine große Zeitschreife, sag ich mal, das dann zu katastrophalen Ereignissen führen wird, weil es ist das letzte Abschnitt eines Zeitalters, wo dann angeblich das Konton anfängt oder das Gegenteil, was auch immer. Jedenfalls, nach dem jüdischen System endet ihre 6000 Jahre anhaltende Leben auf diesen Ebene, sag ich mal. Und nach 6000 Jahren, sagen sie selber, passiert, was passiert immer? Es kommt zu einem großen Katastrophen, zu einem Weltenbrand, sag ich mal. Und es ist durchaus möglich, dass diese Leute, die an der Macht sind, die das Geheimnis nicht kennen, dass die deswegen diese ganzen Angelegenheiten auf der Erde veranstalten, um alles zu verbergen. Und was kommt, Leute? Das heißt, sie verstecken sich, sie tun sich von der Öffentlichkeit zurückziehen mit irgendwelchen gefickten Tod, sag ich mal. Weil es gibt ja Leute, die sehr mächtig sind, die wollen in der Bildfläche verschwinden. Was macht man am besten? Man organisiert irgendeinen Unfall, dass wir nach Unfall aussehen sollen, medial aufgebreitet. Und dann, was passiert dann? Der kann sich zurückziehen in seinen Bunker, was auch immer, um die Katastrophe zu überstehen, sag ich mal. Also das sind natürlich auch wiederum nur Gedanken, ob da was dran ist, weiß ich nicht, Leute. Aber ihr müsst mal gucken, was auf dieser komischen Welt immer wieder passiert. Die Teufelspiegel, ja, das ist hier so ein Thema. Hyperschall-Raketen, so interessant. Stromverbund, so interessant. Höhen, Ukraine, Ukraine, Erdbeben, so interessant. Die neue Weltordnung, ob das kommt oder nicht kommt, ist auch jetzt egal. Hier, das soll dann auch niemand interessieren, ob das eine Weltordnung kommt oder nicht. Das wird sowieso gemacht, Leute. Es geht immer darum, dass das System, die sagen, es schon Jahrhunderten eine Weltordnung vor, das heißt, selbst wenn eine Weltordnung entsteht, das ist schon längst geschrieben, Leute. Das heißt, es muss genauso passieren, wie die das hier machen, Leute. Was ist das? Läuft das Ding jetzt nicht? Was haben wir denn hier? So. Ui, ja, ja, was haben wir hier? Wisst, Leblower, wir wurden angewiesen, Patienten einzuschläfern, um die Zahl der Covid-Toten fälschlicherweise zu erhöhen, während die Krankenhäuser leer waren. Wow, wow, wow. Also, das ist ja eine ganz krasse Verschwörungstheorie, sag ich mal, wenn da wirklich was da dran sein soll. Das ist ja Mord, Leute, man muss sich das mal vorstellen. Ach, also selbst sowas, das ist ja, das kann nicht sein jetzt, ne. Stellt euch mal vor, sagen wir mal, diese ganze, ja, ich will diesen Namen jetzt nicht sagen, diese ganzen Pandemie, sag ich mal, ne. Wenn es wirklich so ein Fake war, um die Menschen etwas reinzuspritzen, was eigentlich mit dem Virus, sag ich mal, nichts zu tun hat, sondern einfach, um die Menschen sozusagen als Experimentelles etwas zu sehen, in den, sagen wir mal, diese Nanotechnologien reinzuschieben, um ihnen sozusagen am Ende gefügig zu machen, ne. Aber, dass die extra jetzt hier normale Menschen, die eigentlich kein Gesundes sind, extra die Todsspritze geben oder sie töten, damit jetzt in den Medien viele Covid-Pandemie-Tode existieren, also das ist ja, das wäre ja Wahnsinn. Also, da kann man eigentlich nicht glauben, dass sowas existiert, ne. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, diese Welt wird von satanisch, heimlich, sag ich mal, heimlich von irgendwelchen dunklen Sekten beherrscht, die natürlich hier auf Menschenleben keinen Wert geben, eher das Gegenteil. Ja, ich sag mal so, ich selber würde natürlich nicht sowas glauben, aber wenn man diese Welt sieht, was alles da passiert ist, wer weiß, Leute, wer weiß. Joe Biden wird gegen Kinder-Sex-Verbrechen erpresst. Eieieiei, das geht es ja wieder um diese höheren Elite, die ja viel mit Satanismus zu tun hat. Das heißt ja, wie ich gesagt habe, keine Ahnung, warum die solche Neigungen haben. Auf jeden Fall in dem militärischen Bereich geht es ja darum, ich sag mal so, über dieses Thema möchte ich nicht so viel reden, weil da soll jeder mal dieses Artikel selber lesen. Es ist schon interessant, dass vor laufende Kameras, sag ich mal so, ein Präsident, ein, ja, ihr seht das selber, ich will jetzt nicht so viel darüber reden, bevor das Video gelöscht wird. Aber ich sag mal so, ist schon interessant, dass sowas existiert, ne. Schon wieder, UFOs, wo ist das? Ah, schon wieder, gucken wir mal, bleiben wir zum letzten Thema, Leute. Warum jetzt viele Seelen die Erde verlassen? Es ist halt immer wieder interessant, ne, dass es eben wieder Menschen existieren, die jetzt behaupten, ist ja okay, ist ja gut, ist recht, dass der Mensch die Erde auf die Erde gekommen ist, und das ja nicht verstehen, ne. Diese Leute behaupten nun, stellt euch mal vor, wir, das heißt, wenn diese Seele existiert, sind auf die Erde gekommen, um hier sozusagen zu lernen. Das heißt, das würde ja bedeuten, die Menschen, beziehungsweise die Seele hat, bevor er auf diese Ebene gekommen ist, hat schon entschieden, was er lernen will. Und da kommt jetzt dieses Thema, Leute. Hat die Seele wirklich entschieden, in einem Krieg in die Luft gesprengt zu werden? Hat die Seele wirklich entschieden, auf der Straße vergewaltigt zu werden? Hat die Seele wirklich entschieden, erschossen zu werden? Hat die Seele wirklich entschieden, in den Kriegen, dass ihre ganze Familie massakriert wird? Und das soll Lernphasen sein, Leute? Also ich glaube, das ist eher das Gegenteil. Das heißt, mit Lernphasen, dass die Seele dann irgendwie hängengekommen ist, all diese ganzen Schinderei über sich gehen lassen soll, nur damit ihr lernt. Was soll er denn lernen? Was war die Seele dann vorher? Konnte die Seele vorher nichts lernen, oder was? Konnte die Seele, das unsterblich ist, nicht schon irgendwelche Dantbanken, die sein eigenes Wissen da herausholen? Also ich sage mal so, die ganzen Esoteriker, die an sowas glauben, Leute. Man muss schon aufpassen, dass viele Menschen sich davon beeinflussen lassen. Das ist ja ungefähr so, wenn wir herausgehen, hier passiert Krieg, und die Hälfte der Bevölkerung wird hier abgeschlachtet, dann war das ja, da muss man sagen, darunter ist das so. Also da muss man wirklich aufpassen, was man sagt, und warum die Seen die Erde verlassen. Liest mal diesen Artikel, und dann könnt ihr euch ja selber eure Meinung darüber bilden, sage ich mal. Tesla, habe ich schon öfter mal gehabt. So, ich hatte einen kleinen Anruf heute, aber ich mache gleich weiter. Der Club of Rom ist verantwortlich für die satanistische Entvölkerung, transhumanistische Pläne. Ja, okay, das geht es ja darum wieder, dass hier bestimmte Organisationen existieren. Ihr wisst ja selber, Club of Rom, oder die Bilderberger Clique, sage ich mal, oder die Trialerkommission, wie die immer heiße mögen, diesen ganzen politischen Landschaft, sage ich mal, Leute. Und das ist ja interessant, dass ausgerechnet diese Organisationen, die eigentlich ja gar nichts hier mit dieser Regierung, oder was weiß ich, was zu tun haben, das heißt, er sind ja eigentlich nichts anderes als NGOs in politischen Basis, sage ich mal. Und die sagen einfach, der Mensch muss das und das werden. Das ist genauso wie den Herrn Klaus Schwab in seinem Agenda 2030, wo er ja schön behauptet, dass kein Mensch was besitzen wird. Die werden auch glücklich dabei sein, wenn das ganze Eigentum der Elite gehört und der Mensch sozusagen in kleinen 15 Kilometer breiten City-Städten leben kann, wo er von vorne bis hinten überwacht wird, wo er dann jeden Monat seine schöne Spritze abholen kann und wo er von morgens bis abends von irgendwelchen Sexgeber-Frequenzen bestrahlt wird, damit er wie so ein Zombie in seinem Gehege leben kann, um dann für die höheren Eliten zu arbeiten. Und das jedenfalls sagen die, um ihre Ziele zu erreichen, müssen die natürlich die Masse von Menschen, die existieren, ausradieren. Also mit sieben Milliarden Menschen ist es nun mal nicht so einfach, zu reagieren oder reagieren, Leute. Deswegen müssen die so angeblich auf 500.000 reduziert werden. Und wenn man jetzt hier nach all diesen Pandemie gesehen hat, wie wenig Menschen auf den Straßen da rumlaufen und die uns jetzt hier was vormachen, ist das durchaus möglich, dass schon so viele Menschen gestorben sind, ohne dass wir davon eine Ahnung haben, Leute. Das ist schon interessant. Und wie gesagt, satanistische Entvölkerung bedeutet einfach, dass es Wesen sind, die auf das Leben einfach kotzen, sage ich schon mal so, einfach ausgedrückt und es muss nicht sein, Leute. Also wie gesagt, wenn das kommt, dann kommt das, wenn nicht, dann auch nicht, Leute. Also schaut euch mal die Artikel an, sehr interessant. Aber dann macht ihr euch, bildet euch eigene Meinung darüber. Wie ich gerade vorhin gesagt habe, Smart Cities, wo die Menschen sozusagen in kleinen Gehegen wohnen können und dann überwacht, alles drum und dran, Leute. Also wie gesagt, ist schon sehr, sehr interessant, das Ganze. So, was das hier, haben wir schon mal gesprochen für Adrenochrom, das ist ja sozusagen diese sogenannte, ja, mit Adrenalin gemischtes Blut von Kindern, die dann irgendwie hoch gehandelt werden, dann irgendwelchen bekannten Persönlichkeiten verkauft werden, damit die ein bisschen jünger bleiben, damit die fünf, sechs, zehn Jahre oder länger am Leben bleiben, damit die ihre materielle Dasein genießen können. Also noch teuflischer, teuflischer gibt es nicht, Leute. Sollte etwas da dran sein an diese ganze Thematik. Wie gesagt, sollte, ich weiß es nicht, dann ist das natürlich, so etwas Kriminelles kann es eigentlich gar nicht geben. Also ich glaube, wenn es ein Gott existiert oder beziehungsweise eine Macht existiert, also diese Leute dürfen nicht überleben, Leute, wenn sie etwas getan haben sollten, sage ich mal. So, was haben wir hier? Rufus. Ich mache mal noch ein letztes Thema, Leute, und dann war es das. Was Interessantes, haben wir nichts Interessantes, Gesundheit. Das ist wieder, ah nee, das ist wieder so ein Thema aber schon gehabt hier. Das ist sehr interessant, Leute. Es kommt bei den Filmen, wo das ganze System hier aufgedeckt wird. Und ich muss mir jetzt den Film anschauen, dann mache ich mal ein Video darüber. Das ist schon interessant, sehr interessant. Was gibt es hier? BlackRock, das größte Bankensystem der Welt, der die Welt kontrolliert, alles umdran. Schaut euch mal rein, ob es interessant ist, wer sich dafür interessiert. Aha, aha. Ja, so richtig Interessantes gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Aber wir schauen mal kurz noch mal rein. Ja, gut. Machen wir das letzte Thema hier, Leute. Und dann, und dann sehen wir weiter. Ich muss kurz was schreiben. Einen Moment, bitte. So. So, das letzte Thema, die Wahrheit über Karma, warum unsere Handlung unser Schicksal gestimmt. Ja, das ist wieder etwas. Was ist denn Karma? Man sagt ja, Karma ist etwas, wenn wir was gemacht haben, wird das irgendwann wieder zurückgehen. Das heißt, wenn du jemanden verprügelt hast, dann ein paar Monate später bist du selber verprügelt. Aber das sind so Themen, was vieles falsch verstanden worden ist. Karma bezieht sich am Ende eigentlich auf Schicksal. Und Schicksal ist ja nichts anderes in alten Legenden, Überlieferungen. Das heißt, nichts anderes als Vorbestimmung. Vorbestimmung, das ist ungefähr so, wenn jeder Mensch ein Buch besitzt, in dem es seine ganze Gedanken, seine ganzen Handlungen aufgeschrieben sind. Und eigentlich geht es darum, wie ich schon mal in den alten Videos schon gesagt habe, sind wir unserer ganzen Daten auf einer Festplatte gespeichert. Und diese Datenbank wird sozusagen hier auf dieser Ebene umgestaltet, auf ihre Avatare abgestrahlt. Und so existieren wir. Alles, was passiert, Leute, nochmals, alles, was hier passiert, ist nach diesen Überzeugungen, sage ich mal, von Schicksal, Vorbestimmung, ist so, dass alles, was hier passiert, ob Krieg, ob das und jenes, es muss so geschehen. Ob man das will oder nicht, es muss so geschehen, Leute. Es ist wie so ein Spiel zwischen zwei Mächten, Licht und Dunkelheit, die nach einem bestimmten Drehbuch vorgehen. Es muss so passieren. Genauso, wo wir uns jetzt hier befinden, am Ende eines Zeitalters, das, was große Veränderungen bringt, bringen. Viele Leute verstehen das nicht, weil sie immer noch ihrem Programm ablaufen und keinen eigenen Gedanken gebildet haben und das eigene Ich überwunden, das eigene Ich, was wir denken, ich zu sein, es ist nicht echt, Leute. Es ist nicht echt. Das Bewusstsein, was wir darstellen, ist nicht echt. Ihr seid das nicht. Es ist wie so ein Programm, das auf die Schuhe überlegt worden ist und ihr agiert darauf, aber ihr seid das nicht. Und darum auch in alten, religiösen Schriften, in den Mythologien, in irgendwelchen Legenden, die von irgendwelchen Philosophen oder Menschen, die ein bisschen nachgedacht haben, dann herausgekommen ist, dass man durchaus die Möglichkeit hat, dieses Fake-Ich, ich sage mal extra Fake, dieses Ich, was wir glauben, Bewusstsein darzustellen, ist ein Fake. Er existiert nicht. Genauso wie in der Philosophie darüber gequatscht wird, genauso wie im Buddhismus darüber gequatscht wird, genauso wie es im Koran darüber geredet wird, genauso wie es im Christen darüber geredet wird, es wird immer gesagt, dieses Ich in dieser Welt ist ein Fake, ist nicht echt und darum sagen all diese Religionen, all diese Mythen, all diese Philosophen, man muss dieses Ich, was hier dargestellt wird, überwinden, Leute. Ihr müsst euch überwenden, indem ihr ein eigenes Ich erschafft, das heißt ein eigenes Ich, indem ihr sozusagen diesen teuflischen Ego, was das Ich darstellt, überwendet, das Programm überwendet und euch ein eigenes Existenz-Ich erschafft. Nur, nochmals, nur dieses neu erbaute Ich, diese neu erbaute Seele, sage ich mal, ist im Stande, diesen Ort zu verlassen, diesen Gefängnis zu verlassen, Leute. Das sagt all diese religiösen Dinge und ich sage mal so, viele Menschen würden sagen, ja was soll das, ich verstehe das nicht, bin ich nicht das, was ich bin jetzt hier, bin ich nicht dieser Person, der Karl-Heinz oder der Meier oder der Peter oder Hassan oder Messer, wie immer die heißen mögen, sind nicht diese Gestalten, das ist Nein. Es ist eine gefekte Seele, eine gefekte Geschichte, was auf den Menschen übertragen worden ist, Leute. Es ist nichts echt. Alles, was hier passiert, ist eine Läsion, eine Darstellung einer Welt, die nicht existiert. Es ist nur ein Schein, ein Betrug, Leute, in dem ihr euch befindet, um euch hier ewig gefangen zu halten, weil ihr immer wieder in diese Welt reinprojiziert wird und das müsst ihr überwinden. Ihr wollt diese Welt verlassen, ihr müsst euch selbst überwinden. Das Schwierigste, das Schwierige, muss man sagen. Aber, wie gesagt, wenn man sich damit ein bisschen auskennt, wenn man weiß, dann ist das möglich, sich selbst zu erkennen, Leute, sein eigenes Meinungsbild, sein eigenes Ich, sein eigenes Ego zu überwinden. Die Menschen um uns herumlaufen, die sind nicht mal das, was sie sind. Wenn man dieses Ego verlassen hat, mit dieser Gesellschaft sozusagen miteinander zu leben, wenn man es geschafft hat, sein eigenes Ich zu bilden, dann ist die Gesellschaft, dann entfernt sich diese Gesellschaft von einem. Man selber entfernt sich von der Gesellschaft. Das ist so interessant, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wenn man das Programm, in dem man sozusagen agiert, langsam verlässt und außerhalb lebt und dann sieht man da vor allem mal andere Dinge, die unglaublich sind, Leute. Also wie gesagt, das war das letzte Thema. Macht euch Gedanken, ich mache auch demnächst auch mal ein Video über das Illusion, das wir in einer visionären Welt leben, das überhaupt gar nicht existiert. Es ist nur ein Schein, ein Betrug, wie im alten ähnlichen Begriff, alles ist Maya, alles ist Illusion, alles existiert nicht, Leute. Wenn man das erkannt hat, wenn man dieses Programm überwunden hat, dann erkennt man alles. Es ist nochmals Wahnsinn, aber um zu diesen Erkenntnis zu kommen, braucht man jahrelange Erfahrung, jahre, jahre, jahrelang, bis man zu einem Punkt kommt, wo man das ganze System erkennt und das ganze Leid, was hier diesen programmierten Wesen erfährt, dass man das überwinden muss. Wie gesagt, Leben bedeutet in vielen Religionen Leid und Schmerz. Zum Beispiel im Buddhismus wird ja darauf hingearbeitet, dass man diese Welt, diese Illusion einfach überwinden muss, um einfach aus diesem Programm, was man ist, gelöscht zu werden. Gelöscht zu werden, Leute. Gut, das war es für heute. Ich muss sagen, es ist ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe, aber macht euch Gedanken über das ganze Thema. Ich sage mal, bis demnächst und tschüss.